Guten Morgen, wir haben 6 Uhr. Frühstück habe ich schon hinter mir und dann habe ich da ein kleines Anliegen. Ich musste erst mal was essen, dass ich ein bisschen fit bin. Völlig ungeschminkt, wie das blühende Leben. Aber da ist ja bei meiner Zelt nicht das Gesicht, sondern Spaß beiseite. Ich bekomme am Tag in letzter Zeit sehr viele Nachrichten, PNs über alle möglichen Accounts mit Fragen zu allen möglichen Themen. Thema Training, Ernährung, USW. Wenn ich diese Fragen in relativ kurzer, mit wenigen Worten beantworten kann, ist das kein Problem, mache ich das auch. Aber teilweise werden Fragen gestellt, die kann ich so nicht beantworten. Die sind weder in kurzen Worten noch mit 5 Minuten beantwortet. Da muss man weiter ausholen, da braucht man Daten von den Personen, um natürlich auch entsprechend eine Information weiterzugeben, die Sinn macht. Ich gebe keine pauschalen Aussagen. Nein, das mache ich nicht. Die erhaltet ihr überall in allen möglichen Formen von den Spezialisten im Bereich Training, Ernährung, die in einem Jahr 15.000 Postings haben. Ich weiß zwar nicht, was sie sonst so machen, aber wie gesagt, da bekommt ihr pauschale Aussagen zum Thema. Aber nicht bei mir. Ich versuche natürlich immer, so gezielt wie mögliche Angaben zu machen und die benötigen Zeit. Und Zeit habe ich zwar schon, aber doch nicht so viel, weil ich natürlich auch eine Vielzahl von Kunden betreuen muss, was ich auch gerne mache. Auch da ist es so, dass oftmals sehr viele Fragen kommen, die zum Teil schon in meinen FAQs beantwortet wurden. Auch das ist manchmal ganz schön anstrengend. Und dann gibt es noch die Spezialisten, die muss man auch noch ansprechen, die mir E-Mail schreiben und nach einmaliger Ausführung einer Übung sich beklagen, dass die Übung doch nicht funktioniert. Auch hier gilt, um etwas zu perfektionieren, benötigt man Zeit und Geduld. Und dieser Sport ist wie alle anderen Sportarten auch ein Sport von langem Atem. Jetzt kommt der Finger. Und genau aus diesen Gründen sollte man bei diesem Sport wie bei allen anderen Sportarten auch, wo man besser sein möchte wie der Rest, viel Geduld mitbringen. Somit wünsche ich euch einen schönen Donnerstag. Bis bald, Andreas Trinbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe, diese Falten hier, die habe ich normalerweise, nicht normalerweise, sehe ich fünf Jahre jünger aus. Aber so ist es in der Weltkampfvorbereitung, das Fett schmilzt und somit schmilzt auch das Fett im Gesicht. Und somit haben wir hier überall ein bisschen Falten. Bis dann, ciao.